ENDE 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 ahnt hallin 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 meine Freunde heute kommt es in der Runde von Let's Loil mal wieder mit mir dem Plan und der Peter ist auch dabei nebenbei habe ich dann auch noch stehen die hat sie hat es mit dem Blitz und erlaubt man es gibt die Wiedern haben wir noch und Bekannten der Leitrichter es geschafft hat es hat zu 8.8 es ist das ist vor der Gruppe wir haben wir spielen er schnappt wird wir und Morgana gegen Rengar Lux Mordecai 6 in Norden und ich bin der Manfred und das ist der Peter wo fängt an zu vertreten ich habe zwar eine Weile nach meinem Organa gespielt aber ich habe gerade einfach Lust drauf und ich werde gegen Lux in der Mitte spielen das wird einen Heidenspaß machen ja ja ist ok ich pull ja schon hab ich auch nicht das müsste auf 3 sein ich muss kurz nach dem Ton schauen das macht der Musik bitte kurz warten ja ich höre dich warte ich mit dem Rest hallo seid ihr noch da ich bin ich dort und warte ich mit Dortmund ja genau Dortmund Dortmund wir wissen dass du da bist rede mit uns also ich schrei gleich der Name so laut das was die Nachbarn hören Dortmund sehr anstrengend oh ein ok in der Aufnahme ist er ach du bist jetzt wieder äh Dortmund wieviel die Runde ist das mit wie fünfte sie werden leiden sie werden leiden wir werden oder immer noch gleich gut hm schlechter geworden oder immer noch gleich gut schlechter geworden besser ein bisschen zu zwei Prozent genau oh mein Gott ich will endlich erscheinen weißt du das oh Gott ich bin so gespannt drauf ich hab meine Kuh schon drauf dann stunt ich den ja wie ist die ja tu es ja ja ich hab voll den richtigen gestunt ich werde mich noch fassen oh ich hätt's grad fast geklaut aber nur fassen wenn dann noch ziemlich oh mit gegen Lux das wird witzig Leute ich werde ein paar mal sterben wir werden vermutlich verlieren aber jetzt seid ihr schon mal vorgewein also ihr könnt abschalten wir verlieren diese Runde danke fürs Zuschauen nein ja verdammt haben sie nen Schanglo mein Schunk ist dann so ich kann nicht austern hä? 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 ja die haben ein bisschen sauer oh mein Gott oh Gott LOL Bitzbrink hat mal wieder fürs Blood gekriegt echt? das hab ich gar nicht mitbekommen grad eben echt? das hab ich gar nicht mitbekommen verlangsame allem Teil und wie war euer Neujahrsfest? kann man ja mal so fragen heute ist ja der 2. Januar also die Folge kommt am 2. Januar raus erzähl mal Jörg was hast du so gemacht? also die beste und dann Neujahr heute ist der erste heute ist der erste heute ist der erste heute ist der erste ja im Fall kommt morgen raus verdammt also am 2. und du hast mich nicht alter wird dich eigentlich nerven ja und ich habe Erfolg dabei fuck yeah fuck yeah helfe das war episch du kannst dich entscheiden wenn du ramblst danke warum hat der jetzt da Ignite drauf gemacht? warum warum jetzt sind wir gar nicht da ist sie ja hab ich noch ach die hat sich blau geholt warum denn klar sind das meine beiden Buffs guck mal blitzcrank status quo ja ja was heißt der komische Nabel das ist ne band ja status quo ist auch was anderes mir fällst du nicht mehr ein ja ich weiß ähm ja ich glaub Alltag oder so was war das jetzt kill doch da drauf man ja ich war vorsichtig gleich kommen zum so danke für die Info stimmt ich sag nachher mal Awards kaufen oh wie die immer weg geht die Kuh von der kommt ich muss weg ich hab gedacht die hat mich lieb aber du misst dich grad läuft es gut ach ja und du hast schon vorher gefragt wo denn die anderen Aufnahmen mit dir sind ne ja wir hatten ja zwei, drei, dreier Aufnahmen und da hat sich festgestellt dass sich nur dein, also dass sich nur ein Ingame Sound und das war das ach ja ja genau das war das war echt daran zu schlimm was war echt daran zu schlimm ja man sollte schon alle hören Stund die Patrick Stund nie Stundenn ich fädel ich fädel ich fädel ich fädel ich fädel und du bist jetzt tot das weißt du nein bin ich nicht gut gefädelt ich fädel ich fädel ich fädel ich fädel macht euch darauf gefasst ja um nochmal auf meine fragen zurück zu kommen was habt ihr dann zum westen beziehungsweise was ihr an neuer gemacht Dortmund zuerst ich vor dem Freund ja ok und du Peter was habt ihr dann zum westerbeste beziehungsweise was ihr habt neuer gemacht Peter Jürgen Was? Nichts Auch nichts Ich hab mich besoffen Endlich mal einer der mir zusagt Wir haben erst 4 Uhr 3 Stunden lang Ungefähr Und dann erst mal ne Runde Holzsocken So lobig mit Das ist das Leben Mh es ist neuer was mach ich jetzt Leute Jürgen ich habe übrigens einen guten Vorsatz genommen Beste Leute zu werden Ich kann das schon Ich kann das schon Ich weiß eigentlich nicht mehr So wunderbar Ich wollte halt auch einen haben Jürgen Hast du einen guten Vorsatz Mann ich hab mich grad gekratzt Oh Oh Ich hab mich grad wirklich gekratzt Irgendwie juckt halt mein Mund Die hat bestimmt schon doppelt so viel Farm wie du Ich werde mich noch Die lässt mir auch keine Last ziehen Und jetzt sterb ich schon wieder Nein Nein Naja Da ist meine Mitte Da hat die Lux 3-0 Ist der woher in Lux? Die in der Mitte Die kommt nach oben Die kommt nach oben Wie? Die kommt nach oben Ich würde weg 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 Jetzt gehen wir zurück Irgendwann so ne scheiß Backkarte Ohne Gnade Sind die schlecht? Ich hab mich der Träte nicht totkriegt Respekt, Alter Fühlt nicht rum Fühlt meinen Schmerz Ich werde mich noch rächen Und das war's Achtung Mitte, zähle ich bitte Fertig, keine Angst Good Job Noob Noob Job Ja hallo ich hab Ich hab eh gemacht und der hat nicht eingenommen Ja, kann ich nicht Du hast gestunt Boah, Leck 4-0 Die kommt nach unten Boah, der hat immer noch das Anfangseiteil Ne, die war auch noch nicht einmal back, glaub ich Nein Wenn ihr Hilfe braucht, ich kann helfen mit Ulti Müsst ihr dann eigentlich auch von Dokumente zu dritzeln Ja, wenn ihr jemanden fokussen wollt, ich bin bereit Kannst runterkommen, ne? Grab ihn, grab ihn, grab ihn Wieso? Ich bin genau hinter dir Ja Ja, jetzt würde ich ihn nicht mehr grabben Ja, jetzt bist du tot Boah Oh, doch Boah Natürlich, das kannst du dann, du Bob Ich weiß, aber trotzdem Und du stirbst am Tower, das ist dir klar Nein Ich stirb niemals am Tower Ja echt Ich hab nicht gedacht, dass wir jetzt den Rangar fokussen sollen Finde ich auch total überraschend Okay, wir sind tot Lauf da nicht rein Liebes stimmt nur ein und wie alle Und tot Der Gegner ist nicht aufzuhalten Wohle In Tade Man schuld auf die Müffige Häuser Leider Ja, ja, das war What the Arial game Ah, bitte nicht Wagen Ich hab nicht aufgeladen Das ist besser Rücksichtsvoll Ash Ich werde mich noch rächen Top hat immer noch 0-0 Ja Und ich möchte das nächste Lied haben Nein 35er Fee Hast du doch nicht da, nicht da Ach, er Ja Ja Na Ja Ich meine Ulti nicht auch und gut, dass du nichts gesagt hast Lauf gar nichts oder wie Was hat das Lux so 5 0 1 0 aber der Einzige, der so viele durchschnittst bei denen Blitzelbund, 3 0 Trödelt nicht rum Dann kann ich kurz den Farm holen hier, weil bis du da bist, ist der wahrscheinlich schon weg Fühlt meinen Schmerz Ich weiß gerade einer, wo Xinn ist Ja, den kannst du haben, den kannst du haben, hab ich gesagt Wow, ja schön, du kommst, unten Der Blux kommt auch runter Ich bin mir jetzt nicht sicher, warte, ich guck mal Nein, nicht nachgucken Und du kannst mit dem nicht nachgucken Fühlt meinen Schmerz Also ich wollte mal sagen, die kommt runter Nein, nein, doch nicht Du bist tot Es ist für dich hier Stunt Ich hab gerade noch weggeguckt Also ich finde das echt das Beste Ich geb mir heute extra für mich, weil heute neuer ist Ich glaub man merkt's auch, oder? Ich will sie angreifen, aber ich hab kein Mana Ich hab kein Mana, du Bitch Du Bitch Fick dich Achja, was für ne Liebe Nicht Brau Ash Böse Ash Fieder Ash Huuuuuuuuuuu Komm ich brauche noch 100 Gold Was gibt's da? Riesenstert Ich werde mich noch rächen Jawohl, dann komme ich auf Top, na Botlane Ich würde sogar einen Toplane durchpushen, damit wenigstens eine Lane gewinnt Riesensterts geht man nachher mal, dass er später dann mal mit Are you mad Brot? Hei mad Brot Aber jetzt habe ich voll Hunger auf dem Brot Nein, da würde ich mich noch auf dem Tod Instant Tod Toot, Toot Leufi hat dein Schild ausgehalten Egal, trotzdem Nicht genügend Nein, nein, nein Der Demonic heißt, er steht gerade praktisch da Mh Ja, nicht verscheuchen Pfff Ja, es ist schon verscheucht Klasse Good Job Ja, weil gerade läuft Pasadena Nein, noch nicht ein Solo Ohne Gnade Gnade Gleich kommt der im Channel und er ist nur geraped Ich werde mich noch rächen Ich werde mich noch rächen Gnade 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 Gebt Leica Ich werde mich noch die jetzt kommt ein Solo hey Luke hat doch erst 8 0 das Solo gerade im Hintergrund ist live verblieben tu guter alias Jürgen gespielt Achtung Mitte Luke kommt vielleicht ich hab Wort jetzt ist der Brille weg jetzt hat er mich verlassen ach mein Schild das ist ein Schild hast gesehen wie so machen wir das einfach ein Schild dat lakosch jetzt schreiben sie Snoop Ash ne lass es einfach nicht in der Aufnahme sonst kann man schon trollen aber in der Aufnahme nicht das Niveau wenn ich es ein bisschen höher halten als sonst Pedel was das was hat er dem das war ein Sassin voller Flash ich hab mir gedacht die Luxe machen wir jetzt weiter ich habe die ich lass es sie werden leiden ich weiß warum hat sie in der 20. Minute 3,50 Farm ungefähr ja wer denn die Ash ja das ist echt kein guter AD Carry ich hab mir etwas ich geh mal top ich wollt grad da ja ich wäre ich schneller Ne, eigentlich will ich schneller, aber gut. Ja, schmau die Achtung. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ja, mach mal. Und tot. Oh oh. Es, warum machst du nix? Warum, die hat nicht mal ihre Weh reingemacht. Oh, wie schlecht. Einfach nur. Jetzt machst du dir ihre Weh, wo niemand sichtbar ist. Einfach irgendwo hin. Genauso funktioniert das. Du hast das Spielprinzip verstanden. Es ist so, ich hab auch noch das Spiel genauso. Ich glaube, ich hab auch noch das verstanden. Nichts, so. Ich hab meinen Chumanns und damit. Tö. 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 Töö. Gitz. E4 lasst mir kein kill nein ich helfe die hälfte hälfte er ist nicht ja das ist doch ganz normal ich hab bei mir jede support ja top machen wir einen tower aus schafften wir es doch nicht doch Minions OP die schaffen die nicht mein doch soll man dann vielleicht gezogen und helfen wenn du hochläufst bist du es war geplant das ist ablenkung das ist der grund der ablenkung ja muss ich verstehe das ist ganz verrückt also er will euch nur vor zu viel wissen richtig echt ich wollte dir helfen aber es hat nicht geklappt jetzt hat er auch noch dein geist jetzt machen sie auch noch meinen schaden dankeschön schweiz 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 leider tot ja Lauf doch schneller, Mann! Kriegst du noch? Mann, der kriegt mich noch vielleicht. Wer hat sich seinen Stun verfehlt. Der Stun ist einfach OP, der macht nur 5 Millionen Schaden eigentlich. Dankeschön. Der Lux ist gar nicht gefeadert. 9-0! Ne, gell. Die hat nur noch die Hälfte aller Köse. Die Mitteleine war voll gut. Naja, im nächsten Spiel gehe ich mal Mitte. Aua, es hält ab! Los, stirb, Minion! So macht man es! Heeeeee! Warum steht die ja nicht nur rum? Hallo, beweg dich mal! Hallo, die Lok, die Lok! Woll OP Minions dann! Ich mach den Andachtstiodler mal weg! Immer top! Nein, der ist OP, der Andachtstiodler! Gut, dann lass ich ihn halt drin! Viel Spaß, meine lieben Zuhörer! Den dem Andachtstiodler! Aber so schlimm ist der echt nicht! Passt vor allem zu LOL! Auf jeden Fall! Da ist Glück, was du da machst, Ash! Was wir da machen! Oh, jetzt ist das nächste Lied rein! Warum auch immer! Hm, Mister Riebels! Ich mach's! Ich mach's! Ich mach's! Tschüss! Leute, ich glaub' dein Ding getroffen! Mein Ding trifft immer! Trödelt nicht rum! Oh! Das redet sein! Dann mach's! Ach, schön zu wissen, dass da jemand drin war! Nein! Aaaaaaah! Oh! Sag dir, ihr sterbt alle! Ich kill aber auch! Nein, Bitch! Duh! Na, Gott sei Dank! so ein schlechter Support hat mir heute das lucht ist echt schlecht warte ich setz dein Wort hin oh jetzt sehen wir sie ja oh Schneemann jetzt bin ich wieder glücklich dank dem Schneemann nur da 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 ich kann aber nix machen wenn ich reinge bin ich tot der Gegner hat einen Turm zerstört es ist tot hier 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 das ist das ist mein Handy nicht zufrieden ich gehe noch tot nein geht drauf weich auch ist es ok genau deswegen deswegen wollte ich so die Lux einfach so gefiedert ich weiß nicht von wem aber dich ist gefeiert unser Noob er wird sein und ich weiß auch nicht wer und die man sich ganz schlechten man kann auch nicht und dann war schon mal gut lässt es geben sich natürlich bei ständigen wo ich einigermaßen gut bin das nämlich nicht aber da wurde die in die Bühne der Alta der Leiter aber das wird ein Epo übermäßig und schlecht bin ja kommt es der Voraufstand so viel aber ich glaube man möchte ich nicht viel nachdenken wo kommt man eine Flasche er hat das hat man gehört mit dem Media Player Flasche jetzt der Flasche geht's gut ich mach mal kurz Werbung das war eine ganz tolle Coca-Cola Light nur kommt man die Tabellenflasche die ist leer ich muss mir nachher nochmal was neu zu tun Alter mein Form am Arsch ich hab mal meine Kugel gemacht weil ich noch gedacht ich wegkriege da ist hier mal einen drin vielleicht musst du Red Buffs wieder zu bauen doch da war Blitz drin ha ha und wer hat jetzt recht die Beorte 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 die haben's schon ja ich kann mich einfach langsam nicht genau loswerden ey ich pass auf die kommen gleich in die Augen Jürgen 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 Geht doch Geht doch Hand aus Geht mir vielleicht doch doch nicht Ich werde nicht noch Mach mal nen Turm Machen wir nen Turm Machen wir nen Turm Euer Team hat einen Turm zur Stelle Boah seid ihr schnell Ja klar Weicht Ja Während ich den angegriffen habe Hat der mehr Leben dazu gekriegt Wie ich den abgezogen habe Hast du es gesehen? Oh Ich hab gespürt Ja genau der instante die falsche Richtung auf jeden Fall Hau t ab Nein der stirbt doch Der stirbt Hau t ab Nein Hau t ab 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 Ja 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 Hi 1 9 hier Ich hab einen Kill gemacht Hallo Jetzt ist hier Neujahrswunder Sehr wie eigentlich Hab den auch gefehlt Ich seh nicht Ich seh nicht da auch gefehlt Ja 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 Warte mal Es sind alle Also luxisch auf jeden Fall Eigentlich ist nur Morde und Lux haben eigentlich wirklich viele Kills Hau t ab 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 mit ist er hat sich hier voll schlecht die bitte auch nicht wenigstens im film noch angucken wir haben das ist aber komm ich will aber nicht in der aufnahme auf wie lange ist die folge was seine auswendig grad für uns war das ist okay obwohl ich komme mal was nicht immer was der andere so gut dann ich gebe nicht auf nein ich gebe nicht auf ich habe nein gestimmt ihr habt alle gesehen er war eine erste runde es ist noch nicht schön für das guckst du einmal wenn wir gerade mal noch da sind Jürgen ich bin ich nicht Jürgen nein der ist noch da das sehe ich doch im Overlay was guckst du jetzt noch für einen Film Patrick wie lange bist du heute da äh den ganzen Tag ich renne jetzt noch was guckst du für einen Film Sherlock Holmes Sherlock Holmes auch schon noch Werbung gemacht ja auf jeden Fall ja jetzt sag mir immer jeder tschüss also ich komme dann später vielleicht noch ja re.: ja also dann Tschau dann tschüss Tschüss, noch ne schöne Woche und ja Ciao Kickshow